Jo, hallo, hey! Ich bin Tara Liu, ihr seid auf dem Kanal PowerAnimate. Ja, nach einer Ewigkeit kommt endlich mal wieder ein Video von mir. Heute ein bisschen ein anderes, und zwar das erste einer neuen Serie. Meine Meinung und meine Gedanken zu gewissen Themen, ohne Video vor der Kamera. Da ich leider teilweise etwas beschissen aussehe, weil ich mit einer ziemlich heftigen Allergie zu kämpfen habe. Und zu zweitens, dass ich einen Teil dessen, was ihr gleich hören werdet, aufgenommen habe, während ich unterwegs war. Stopp, talk you shit, bro! So, da es 0.35 Uhr ist, ich bald aus der Puste sein werde, weil ich zu Fuß nach Hause gehe und das Intro auch nicht zu lang werden soll. Fangen wir einfach mit dem Video an und heute zum Thema Kein Liebeslied von Uf. Here we go! Das ist halt so wahr, weil, als ich es das erste Mal angehört habe, war es halt sofort eines meiner Lieblingslieder. Und, oh Gott, ich liebe diesen Song, ganz ehrlich. Also, ich liebe Grüß dich nicht, aber der Song ist nochmal so wow. Next! Wo man singt, da lass dich ruhig nieder. Böse Menschen haben keine Lieder. Das stimmt leider nicht zum Teil, aber ich finde diesen Gedanken, böse Menschen haben keine Lieder. Die haben keine Motivation, die ich auch habe. Das finde ich motivierend. Und wenn ich Menschen höre, die Lieder singen, dann denke ich mir, das können keine bösen Menschen sein. Aber es stimmt nicht, weil leider Gottes haben auch Terroristen Lieder. Aber für diese Menschen haben die Lieder nicht diese Bedeutung, die sie für gute Menschen haben. Also, wo man singt, da lass dich ruhig nieder. Böse Menschen haben keine Lieder. Ja, das bleibt mir zum Abschluss zu sagen. Danke fürs Zuschauen oder mehr oder weniger Zuhören. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt mir Bescheid, über was ich noch reden soll. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!